Und das erste Axiom von Euclid lautet, Dinge, die demselben gleich sind, die sind auch einander gleich. Das ist eine Regel mathematischen Denkens, es trifft zu, weil es funktioniert. Das hat es und wird es auch immer. In seinem Buch sagt Euclid, das sei selbstevident, da steht es also schon, selbst in diesem 2000 Jahre alten Buch über die Bewegungslehre. Es ist eine selbstevidente Tatsache, dass alle Dinge, die demselben gleich sind, auch einander gleich sind.